Jetzt dürfen wir noch einmal auf den Predigtext hören in Matthäus 2, die Verse 1 bis 16 für heute und ich lese bis 12 und den Vers 16. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weiser aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgeben, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her. Bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Mürre. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Jetzt Vers 16. Als sie sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer kleinen Predigtreihe über Orte des Advent kommen wir heute schon zum dritten Ort. Am ersten Advent ging es um Advent im Tempel, Zacharias und Elisabeth. Am zweiten dann um Advent in der Provinz. Da haben wir vor allem uns mit Maria befasst. Wer das nicht mithören konnte, hat die Möglichkeit, das ja nochmal nachzuhören über unsere Homepage oder über YouTube und heute nun nach Advent im Tempel und Advent in der Provinz. Advent im Palast. Liebe Gemeinde und alle, die uns auch an anderen Stellen jetzt mitzuhören und die mit dabei sind. Im Matthäus-Evangelium können wir miterleben, wie Weihnachten auf den Machtapparat der Politik trifft. Advent im Palast. Und Matthäus schreibt gleich in seinem Evangelium im zweiten Kapitel, ab Vers 1, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weiser aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also das Umfeld und soweit sich diese Nachricht vom Erschrecken des Herodes ausbreitete, denn die Leute wussten, wenn Herodes erschrickt, dann gibt es auch für uns bald Grund, massiv zu erschrecken. Herodes gerät in Panik, weil er seine Macht durch Jesus bedroht sieht, durch ein Baby. Der drittklassige Potentat entfaltet eine hektische Geschäftigkeit, die nur ein einziges Ziel verfolgt, nämlich den frisch geborenen Jesus zu töten und ihn umgehend wieder auszulöschen aus der Geschichte, in die er gerade eingetreten ist. Liebe Leute, wer sich vom Weihnachtsgeschehen erhofft, in eine verträumte und beruhigende Lametta-Welt abtauchen zu können, der sucht an der falschen Stelle. Die historischen Quellen sprechen eine ganz andere Sprache. Sie berichten von einem harten Weihnachten. Aber gerade darin liegt für uns die große Hoffnung, nämlich, dass wir in unserer harten Welt mit ihren Schmerzen, mit ihren Ungewissheiten, mit all den Kämpfen, die wir durchzustehen haben, dass wir in unserer harten Welt eben nicht allein gelassen sind, nicht menschlicher Willkür ausgeliefert sind, sondern, dass es eine Chance gibt, eine Chance, Gott wirklich zu begegnen und seine Nähe und seinen Trost persönlich zu erfahren. So wie es Friedrich von Bodelschwing gedichtet hat, der eigentliche Begründer der Betheler Anstalten, dort, wo man ja vor dem Leid die Augen keine Sekunde verschließen konnte in Bethel. Und er hat gedichtet, durch tausend Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still, das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Und er hat ferner gesagt, das ist das Wunder der heiligen Nacht, dass ganz traurige Leute ganz froh werden können. Gott drängt sich da einfach rein. Gott fragt nicht höflich an, ob er uns genehm ist, sondern er kommt. Wie Paulus in Galater 4 schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat uns nicht gefragt. Und schon der Prophet Jesaja hat es Jahrhunderte vorher angekündigt, in Jesaja 40, da sagt er, bereitet dem Herrn den Weg, denn der Herr kommt gewaltig. Er kommt, er drängt sich rein. Weihnachten war von Beginn an eine einseitige Ansage von Gott. Und die einen haben sie als Bedrohung empfunden und die anderen als Befreiung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und darum steht über dieser Predigt das Thema, vor Gott ist keiner sicher. Vor Gott ist keiner sicher. Ja, man kann überlegen, über Gott lächeln, aber man kann ihm nicht entkommen. Man kann sich hinter dicken Palastmauern vor seinem Volk in Sicherheit bringen, damals wie heute in den modernen Palästen. Aber man kann sich Gott nicht vom Leibe halten. Warum haben denn die Diktatoren, die Christen so brutal verfolgt? Hitler, Mao, Stalin, sie haben alle die Christen verfolgt, weil sie vielleicht eine Ahnung davon hatten, dass deren Gott ihnen gefährlich werden könnte? Und weil sie an Gott nicht rankamen, sind sie an seine Leute rangegangen? Und deshalb kommt uns Herodes heute Morgen gerade recht, von dem Matthäus in seinem Evangelium berichtet, Advent im Palast. Warum? Weil die Geschichte von Herodes, dem Großen, ein Testfall dafür ist, wer sich am Ende durchsetzt. Welche Machtfaktoren wir wirklich ernst nehmen müssen, auch in unserem Land und in unserem kleinen Leben und welche Machtfaktoren wir ganz gelassen belächeln können, auch wenn sie ihre vermeintlichen Muskeln in den Medien noch so bedrohlich zur Schau stellen. Und das erleben wir ja ständig. Und darum lohnt es sich, im Advent 2022 erst recht, einen kurzen Blick auf diesen Herodes zu werfen, ein Machtpolitiker, der sich vor einem Baby fürchtet und der einen Massenmord an Säuglingen inszeniert, nur um dieses eine Kind mit Sicherheit auszuschalten. Wie sollen wir das einordnen? Die Geschichtsforschung bietet uns einiges Material über Herodes, den großen Material, das die neutestamentlichen Quellen sehr gut ergänzt. Er war ein Machtmensch durch und durch. Schon sein Vater, der hieß Antipater, war ein treuer Basall der römischen Kaiser gewesen. Und das war gut für die Karriere des Sohnes, der dann nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich Provinzkönig in Israel wurde, von Roms Gnaden. Skrupel oder Gewissensbisse kannte dieser Mann nicht, wenn es um seine Interessen ging. Er gehörte wohl zu den grausamsten Politikern der Antike. Einige Jahre vor der Situation, die Matthäus hier schildert, hatte er zwei seiner eigenen Söhne wegen Hochverrats erdrosseln lassen. Doch seine Ehefrauen lebten gefährlich, sobald er misstrauisch wurde. Natürlich, wer so viel Schuld auf sich geladen hat, wird immer ängstlicher. Denn Schuld fürchtet Rache. Und Schuld fürchtet, dass sie enttarnt wird, dass sie irgendwann ans Licht kommt. Auch der brutalste Mensch ist immer noch Mensch und nicht nur Monster. Da ist immer noch irgendwo ein Herz und ein Rest von Gewissen. Und dann hört Herodes der Große von der Geburt Jesu, dem vermeintlichen Sohn Gottes, wie sie sagen. Nun gut, Sohn Gottes, das war eine religiöse Sache. Auch dass einige ihn für den Messias hielten, den künftigen König von Israel, da hätte Herodes lachen können. Was will ein vermeintlicher König ohne Palast und Militär? Der wird mir nie gefährlich werden. Er besitzt hier in Jerusalem nicht mal einen Stall oder eine Hütte. Und die religiösen Führer, die hatten sich längst mit dem politischen Machthaber arrangiert. Er hatte den Tempel gebaut und sie sorgten für brave Untertanen. Kennen wir das nicht? Natürlich kannte Herodes die Hoffnungstradition der frommen Juden, die sie durch die Jahrhunderte hindurch begleitet hatte. Diese Hoffnungstradition, ja, einmal würde ein Nachkomme des großen David auf die Bühne treten, sein Volk befreien und dann zuletzt über alle Welt herrschen. Ein Friedenskönig in einem Friedensreich. Aber Davids goldene Zeit lag tausend Jahre zurück und ein Friedensreich ferner denn je. Ob Herodes vielleicht fürchtet, dass sich um diesen Jesus eine Widerstandsbewegung sammeln könnte? Und dann tauchen plötzlich die kritischen Wissenschaftler aus Babylonien auf, dort im Palast, die das angebliche Königskind so ernst nehmen, dass sie extra die weite Reise machen, um ihm zu huldigen. Und was liegt da näher, als dass die Weisen im Palast nach diesem Königskind suchen, ohne zu ahnen, dass sie den Provinzkönig, der dort regiert, damit in eine panische Situation hineintreiben, Matthäus 2, nochmal Vers 1, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weiser aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die Weisen galten als herausragende Wissenschaftler ihrer Zeit damals. Sie besaßen Kenntnisse in Mathematik, in Astronomie, in Landwirtschaft, Physik, Geschichte. Sie galten als politisch einflussreich, berieten die jeweiligen Herrscher. Das waren weltoffene Leute, sofern das mit den damaligen Kommunikationsmitteln möglich war und diese Weisen waren daran interessiert, immer wieder Neues zu entdecken und immer weiter zu lernen. Also, was gute Wissenschaftler bis heute auszeichnet, dass sie immer weiter lernen und entdecken wollen. Und darum sind diese Leute elektrisiert, als sie am Sternenhimmel eine Konstellation entdecken, die ihnen bis dahin völlig unbekannt geblieben war. Wo ist der neugeborene König? Wir haben einen Stern, wir haben seinen Stern gesehen, im Morgenland sind gekommen, um ihn anzubeten. Im Laufe der Jahrhunderte haben Astrophysiker immer wieder neue Theorien entwickelt, was die Weisen wohl gesehen haben könnten damals. Und eine Deutung sagt, dass es sich bei diesem Stern um eine dreimalige Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn gehandelt haben könnte. Der Astronom Johannes Kepler hat die These aufgestellt, dass es eine solche Konstellation unter anderem im Jahr 7 vor Christus, 6, 7 vor Christus gegeben haben dürfte. Und das würde auch mit der biblischen Chronologie bestens zusammenpassen. Die Bibel sagt ja nirgendwo, dass Jesus im Jahr 1 geboren wurde. Diese Zeiteinteilung hat man erst später im 6. und 7. Jahrhundert eingeführt. Sondern wenn man alle Daten zusammennimmt, dann sprechen sie dafür, dass Jesus etwa im Jahr 6, 7 vor Christus das Licht der Welt erblickt hat. Und auf dieses Jahr haben eben moderne Forscher auch die besondere Sternenkonstellation datiert. 6 oder 7 vor Christus. Und dazu würde auch passen, dass Herodes selbst im Jahr 4 vor Christus starb. Das ist relativ sicher. Also zwei bis drei Jahre nach Jesu Geburt. Und natürlich bleibt die Frage, warum die Forscher diesen Stern ausgerechnet mit einem König in Israel verbanden. Nun, eine mögliche Erklärung. Jupiter galt als Königsplanet. Saturn soll der Planet des Volkes Israel gewesen sein in einigen Überlieferungen. Und außerdem gab es in den babylonischen Archiven damals wahrscheinlich noch das berühmte Werk des Propheten Daniel. Daniel, der im 6. Jahrhundert in Babylon eine steile Karriere gemacht hatte. Und in dieser alten jüdischen Quelle, die ihnen wahrscheinlich vorlag, da prophezeite der große Daniel, dass einmal in Israel ein bedeutender König geboren werden würde. Nicht nur ein weltlicher Herrscher würde er sein, sondern Gottes Sohn der Messias. Und dieser Gott, der würde ein Herz für alle Menschen haben. Der würde endlich die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. Und Daniel genoss in der babylonischen Geschichte eine hohe Glaubwürdigkeit. Wir würden heute sagen Kredibilität, eben weil er mit seinen Ratschlägen für die Könige oftmals recht behalten hatte. Und so fügen sich die Puzzleteile zusammen. Und einige dieser Weisen organisieren eine Expedition. Sollte dort in Israel Weltgeschichte geschrieben werden, dann wollen sie das nicht verpassen. Sie lassen sich das durchaus etwas kosten. Circa 800 Reisekilometer. Wahrscheinlich roundabout 60 Tage werden sie unterwegs sein. Sie lassen ihre Forschungslabore zurück, ihre Schreibtische. Sie füllen ihre Reisekasse. Sie satteln ihre Kamele. Wahrscheinlich sind sie darauf geritten. Und im Kurs auf Jerusalem. Und ich möchte Sie fragen, was wäre es Ihnen wert? Wie viel würden Sie einsetzen, um Gott zu finden? Sind 800 Kilometer zu weit? 60 Tage zu lang? Wie viel Erwartung, wie viel Sehnsucht muss in diesen Herzen geschlummert haben? Und dann kommen sie bei Herodes an und ahnen gar nicht, in welches Wespennest sie stechen, mit ihrer Frage nach dem neugeborenen König. Es wird hier nicht gesagt, wie viel Zeit seit der Geburtsnacht vergangen ist. Möglicherweise waren Maria und Josef inzwischen aus dem Stall in ein kleines Häuschen umgezogen. Das wird nicht im Einzelnen datiert. Aber Herodes wird dieser Neugeborene immer unheimlicher. Sollte das Kind wirklich die Machtverhältnisse durcheinander bringen können? Und jetzt nutzt er seinen guten Draht zu den theologischen Funktionären. Vers 4. Und er ließ zusammenkommen, alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes, und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Christus, das war das entscheidende Stichwort. Im hebräischen Original Messias. Also ein Nachkomme des großen Davids musste es sein. Und noch viel mächtiger als dieser sollte er einmal werden. Und die religiösen Experten, die werden erstaunlich schnell fündig, wie wir hier lesen. Und sie sagten ihm, Vers 5, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben, durch den Propheten, nämlich Micha, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, du bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judäa, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da hatten sie es schwarz auf weiß beim alten Propheten Micha, dieser Fürst, dieser Messias, der da kommen sollte, er würde sein Volk weiden wie ein guter Hirte. Und sie hören schon, das war das Gegenbild zum Herrschaftsverständnis des Herodes. Also mit dem guten Hirte, der sich zu allerletzt verglichen, ja? Der gute Hirte, der sein Volk eben nicht vor sich her treibt, der sein Volk nicht durch Druck gefügig macht, der sein Volk nicht einschüchtert mit Terror- und Horrormeldungen und Bußgeldandrohungen, sondern dieser Hirte wird seinem Volk dienen und er wird dafür selber Opfer bringen und alles geben. Ein Herrscher wie aus einer anderen Welt, damals wie heute. Aber immerhin hat Herodes jetzt ein Ort, wo er suchen lassen kann. Bethlehem, hatten sie gesagt. Jetzt muss er das Fangnetz um den Neugeborenen so eng wie möglich knüpfen. Und deshalb lässt Herodes die gutwilligen Forscher noch einmal vorladen, wie wir in Vers 8 lesen, 7 und 8, da rief Herodes, die weisen heimlich zu sich und erkundete von ihnen, wann denn der Stern erschienen wäre und schickte sie dann nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Dieser Heuchler heimlich lässt er sie rufen. Herodes verhindert gezielt, dass die Forscher und die Theologen sich begegnen, weil er nicht will, dass sein Plan auffliegt, aber wahrscheinlich hätte er bei den Theologen gar nicht so besorgt sein müssen. Den theologischen Funktionären war die Kumpanei mit dem politischen System offensichtlich wichtiger als ihre ureigene Botschaft. Und da sehen wir ein trauriges Beispiel, dass religiöse Traditionen, und Traditionen hatten die wahrlich genug, dass religiöse Traditionen, wenn sie nicht mit persönlicher Überzeugung gefüllt ist, mehr schadet als nützt. Verstehen Sie? Tradition ohne Überzeugung schadet mehr als sie nützt. Warum? Weil sie die Menschen abstumpfen lässt. Weil die Menschen denken, ich habe ja die Tradition. Aber sie stumpfen ab gegenüber der Wirklichkeit Gottes, gegenüber Gottes wirklichem Anspruch an unser Leben heute. Und so geht Herodes Plan nicht auf. Nachdem die Weisen Jesus gefunden und angebetet haben, werden sie von Gott gewarnt, bloß nicht zu Herodes zurückzukehren. Vers 12 Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Wege wieder in ihr Land. Und Herodes erwartet tagtäglich nervös darauf, dass die Forscher ihm endlich die ersehnte Information liefern, wo das Kind zu finden sei, damit er seine Todesschwadronen dorthin schicken kann. Und irgendwann begreift Herodes, die kommen nicht mehr. Da kann ich lange warten, die kommen nicht mehr. Und da setzt er seinen Plan B in Kraft. Es ist ein teuflischer Plan. Vers 16 Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickt aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundet hatte. Er geht also wirklich auf Nummer sicher. Und wir heutigen Leser, wir haben keine Chance, uns angewidert, zurückzulehnen, weil antike Herrscher über Kinderleichen gehen, so als könnte uns das heute nicht mehr passieren. Sind wir etwa zivilisierter? Ist es nicht immer noch so, dass die Brutalinskis an den Schalthebeln die Schwächsten der Schwachen opfern, wenn es ihrer politischen Agenda dient? Wie war das denn in den letzten nun fast drei Jahren? Wie viele Kinder wurden traumatisiert? Wie viele an den Rand des Suizids oder gar in den Suizid getrieben? Warum? Weil weite Teile der Gesellschaft sie massiv unter Druck setzten, wie das im Strategiepapier des Innenministeriums ja auch wärmstens empfohlen wurde. Was ist denn passiert? Gegen alle medizinische Vernunft hat man Kinder bedroht. Sie könnten als Viren schleudern ihre Großeltern umbringen. Wie viele Kinder wurden Schulwoche für Schulwoche zu Corona-Tests gezwungen, bis ihre Nasen bluteten? Wie wurde ihre Sprachentwicklung behindert, weil man sie sinnlos hinter Masken zwang und sie auch die maskierten Gesichter der Erwachsenen kaum noch lesen konnten? Ob die lächeln oder wie sie Silben bilden mit dem Mund? Und Kinder mussten teilweise erleben, dass man sie auf Abstand hielt, wie aussätzige oder bissige Hunde. Aber was kann man von einer Gesellschaft erwarten, die sich in Jahrzehnten offensichtlich daran gewöhnt hat? Jedes Jahr, wenn wir nur nach den offiziellen Zahlen gehen, jedes Jahr eine mittlere Großstadt von 100.000 Babys im Mutterleib zu töten. Dr. Theo Lehmann hat diese Parallele in einer Predigt über Herodes drastisch formuliert, zugegeben. Aber wer könnte ihm in der Sache widersprechen, wenn Lehmann schreibt, der Mord an den Kindern von Bethlehem ist nur ein Symptom für die Verbrechen, die um der Macht der mächtigen Willen in millionenfacher Vergrößerung geschehen sind, durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage. Täglich verhungern tausende Kinder. Und während wir zu Weihnachten aus allen Lautsprechern die Kinderchöre plärren lassen, überhören wir die stummen Schreie tausender Kinder, die täglich in Deutschland umgebracht werden. Natürlich nicht so plump wie bei Herodes. Bei uns wird nicht abgeschlachtet, sondern abgetrieben. Oder wem das zu unangenehm klingt, der sagt dann vornehmen, wir haben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Bei uns töten nicht Ruhe Soldaten, sondern Ärzte im Kittel. Und die tun es nicht im Auftrag des Herodes, sondern im Auftrag von Vätern und Müttern. Zitat Ende. Und der große Trost ist dabei, dass Gott diese Kinder sieht, dass diese Kinder in Gottes Armen geborgen sind und auf ewig geborgen bleiben werden. Lass die Kinder zu mir kommen, hat der Jesus gesagt, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist unser Trost, dass Gott selbst ein Kind wurde in Jesus, dass Gott selbst als Säugling verfolgt wurde. Das garantiert die Würde aller Kinder. Derer, die schon geboren und derer, die noch im Mutterleib behütet sind. Der Naskituri, wie sie in der Rechtssprache so behutsam genannt werden, die Geborenwerdenden. Und schon hier in diesem Text, der uns so ans Herz greift, da sehen wir, dass Gott den Mörder am Ende nicht durchkommen lässt. Vor Gott ist keiner sicher. Selbst mit brutalsten Mitteln kann Herodes ein bisschen erbärmliche Macht nicht lange retten. In Vers 19 lesen wir dann, als er bei Herodes gestorben war. Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Da schreibt man das Jahr 4 vor Christus, Herodes' Macht hat nicht lange gehalten. Alle perfiden Pläne haben ihm nichts mehr genutzt. Und während Maria im ägyptischen Exil mit dem Baby aushart, verliert Herodes wahrscheinlich in einem Haus in Jericho seinen letzten Kampf. Der Historiker Josefus hat in seinen Antiquitates in den Altertümern im 17. Buch über Herodes' Ende Folgendes geschrieben. Zitat Herodes starb an Geschwüren in den Eingeweiden, seine inneren Organe waren verfault und von Maden besetzt. Er litt an beständigen Krämpfen und weder die Ärzte noch warme Bäder konnten ihm Erleichterung verschaffen. Das erinnert uns an dieses Adventslied Nun jauchzet nun jauchzet all ihr fromm, wo es in der vierten Strophe heißt Ihr Mächtigen auf Erden nehmt diesen König an wollt ihr beraten werden und gehen die rechte Bahn die zu dem Himmel führt sonst wo ihr ihn verachtet und nur nach Hoheit trachtet des höchsten Zorn euch rührt. Auch die Mächtigen stehen zwischen dieser Alternative Himmel oder Hölle Gottes Erbarmen oder Gottes Zorn und so stirbt der scheinbar mächtige Herodes hinein in Gottes Gericht. Er hat keine Chance es gibt eine letzte Gerechtigkeit vor Gott ist keiner sicher. Dieses Keiner ist durchaus wörtlich zu verstehen weil Gott durch sein Kommen ja nicht nur den Herodes herausgefordert hat. Auf Bethlehems Feld wird die Botschaft lauten siehe ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren wird. Und die babylonischen Forscher hatten begriffen dass eben alles Volk keine ethnische Begrenzung auf Israel darstellt sondern sie haben begriffen hier wird auch unsere Sache verhandelt und die Forscher haben die Herausforderung angenommen und sie haben nicht locker gelassen bis sie endlich vor Jesus knien und ihn anbeten als ihren Herrn und später wird der erwachsene Jesus selbst das wiederholt klarstellen dass er für uns alle gekommen ist dass wir ihn alle brauchen in Johannes 3 Vers 16 wird er sagen so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab damit alle die an ihn glauben nicht verloren werden er hat die Welt geliebt vor Gott ist keiner sicher und das heißt weder vor Gottes Anspruch noch vor Gottes Angebot und da liebe Leute finden wir uns plötzlich möglicherweise in einer unerwarteten Nähe zu Herodes wieder natürlich sind wir nicht so grausam wie der unser Gewissen ist ungleich sensibler wir würden natürlich kein Kindermord von Bethlehem übers Herz bringen oder eins der anderen Menschheits verbrechen die seitdem als Mahnmale in die Geschichtsbücher eingegangen sind natürlich nicht aber fürchten wir nicht auch Jesus in dem Sinne dass wir ihn gern auf Abstand halten wollen haben wir nicht auch Angst er könnte die Machtverhältnisse unseres Lebens zu stark durcheinander bringen wenn wir unser Leben wirklich für ihn öffnen auch bei uns kommt der kritische Punkt man könnte sagen das Momentum in dem Moment also genau dann wenn Jesus die Machtfrage stellt in unserem Leben wenn er uns fragt wer ist dein Gott wer ist der legitime König deines Lebens wer hat die höchste Autorität wem bist du verantwortlich wem dienst du wirklich wie weit wir uns von Gott entfernt haben merken wir daran wie sehr uns diese Frage überrascht so als hätte Gott persönlich einen Anspruch auf unser Leben wie kommt er dazu als wären wir ihm rechenschaftspflichtig oder als wären wir ihm gar etwas schuldig geblieben da verschanzen wir uns nicht nur hinter unseren Palastmauern aber wir wir verschanzen uns hinter den Mauern unseres Stolzes hinter den Mauern unserer Humanität was wir alles Gutes tun und letztlich hinter den Mauern unserer Selbstgerechtigkeit Wir wollen es nicht wahr haben dass wir unser Leben dem Schöpfer verdanken dass wir es ihm wirklich verdanken und ihm deshalb auch schulden ja vielleicht bei der Geburt unserer Kinder die manche ja im Kreißsaal miterleben durften da haben wir das geahnt da haben wir geahnt dieses Leben ist ein Gottes Geschenk dieses Leben was wir da jetzt in den Händen halten dürfen ist ein Wunder es ist uns von Gott anvertraut eine Gottesgabe aber wenig später schon haben wir unser Leben und das Leben unserer Kinder so behandelt als gehörte es uns allein und Gott so weit wie möglich auf Abstand gehalten ihn raus gehalten bis auf jene Situationen wo er vielleicht als Nothelfer nützlich sein konnte und jetzt in dem Moment wo Gott uns wieder nahe kommt wo Gott uns nahe kommt durch Jesus Christus wo er uns nahe kommt durch die Bibel die zu uns redet wo er uns nahe kommt durch einen Gottesdienst oder eine Predigtübertragung in die wir hineingeraten da merken wir wie viele Vorbehalte da auf unserer Seite sind Vorbehalte die uns daran hindern ihn anzubeten ihm ganz zu vertrauen und mancher spürt zugleich eine Sehnsucht dass es doch anders werden müsste aber letztlich trotzen wir letztlich trotzen wir Gott auch wenn die wenigsten das so deutlich ausdrücken würden wie der frühere Generalsekretär einer großen Volkspartei Heiner Geißler der schrieb 2015 ein Buch unter dem Titel was müsste Luther heute sagen und da kritisiert Heiner Geißler dass Luther den Menschen viel zu stark als Sünder gesehen habe als 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 Sünder der allein durch Gottes Gnade erlöst und gerettet werden könne Geißler will nicht auf Gnade angewiesen sein immerhin sagt er er ein tätiger Christ er habe Sozialpolitik gemacht und Menschenrechtspolitik betrieben lieber wolle er sich selbst und notfalls noch einigen anderen Menschen vertrauen als Gott lieber sich selbst vertrauen als Gott meine Zeit die meisten von uns würden das nicht so deutlich sagen aber leben nicht sehr sehr viele genau in dieser Überzeugung dass sie Jesus nicht brauchen dass ihr Leben weitestgehend in Ordnung sei dass sie im weitesten Sinne christlich wären und es schon irgendwie klar ginge und deshalb wenn wir so denken und darin sind wir Herodes sehr nah fühlen wir uns von Jesus zurecht angegriffen und uns von ihm zurecht in unserer eigenen Macht gefährdet warum weil Jesus zu uns kommt um uns aus dieser selbstgerechten Gottesferne herauszuholen und weil Jesus die Macht Frage stellt er sagt entweder du oder ich und so hat Jesus das selbst formuliert als er dann erwachsen wurde im Johannes Evangelium Kapitel 3 da sagt er nochmal denn Gott ab Vers 17 Johannes 3 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt dass er die Welt richte sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde wer an ihn glaubt also an Jesus der wird nicht gerichtet wer aber nicht glaubt der ist schon gerichtet denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes das ist aber das Augen nochmal diese Alternative markiert entweder Gericht oder Rettung entweder Hölle oder Himmel entweder sagt Jesus hier du verlässt dich auf deine eigene Moral dann wirst du in Gottes Gericht scheitern weil kein Mensch vor dem heiligen Gott aus eigener Kraft bestehen kann und die Konsequenz ist die Hölle auf ewig das hat Jesus gesagt oder aber du gibst deine Verlorenheit zu und lässt dich von mir retten und nimmst das Geschenk der Erlösung gerne an was ich dir geben will sagt Jesus dann wird alles gut nicht nur für heute oder für morgen sondern für immer und ewig und erst von hier aus verstehen wir richtig warum Jesus in diese Welt kommen musste mancher hatte ja Gott dafür angegriffen er hat gesagt warum lässt Gott es zu dass die armen Babys sterben Jesus ist ja nicht entkommen sondern Jesus wurde nur aufgespart um 30 Jahre später dann ein viel längeres und schlimmeres leiden zu ertragen so wie es der Dichter Kurt Marti formuliert nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht das Kind wird gerettet für härtere Tage Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz für dieses Kreuz hat Gott seinen Sohn aufbewahrt weil der dort sterben musste um Stellvertreter die Strafe auf sich zu nehmen die wir alle für unsere Schuld für unsere Ignoranz gegenüber Gott verdient gehabt hätten das war Gottes perfekter Rettungsplan darum brauchte Gott auch keinen Plan B weil er wusste dass er diese Sache durchziehen würde darum hat er uns an Weihnachten seinen Sohn geschenkt und der gab sein Leben für mich und für dich wenn Jesus gewollt hätte dann wäre Jerusalem genauso zu entgehen wie dem Kindermord von Bethlehem aber Jesus hat es bewusst getragen Jesus ist diesem Weg bewusst bis zum Ende gegangen um die Strafe auf sich zu nehmen die wir wir alle von Gott her verdient hätten und er hat es getan um für unsere Schuld zu sühnen und zu bezahlen und danach hat er bewiesen dass es wahr ist dass das nicht nur eine These war die er aufstellte sondern dass es in der Realität bestand hat er hat es bewiesen als er durch seine leibhaftige Auferstehung den Tod endgültig besiegte das Grab ist leer und deswegen ist gültig was Jesus am Kreuz für uns tat und dadurch wurde Jesus für alle die absolut zuverlässige Anlaufstelle zu der wir uns flüchten können und wir wissen er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet und wir dürfen ihm das sagen Jesus ich brauche dich ich akzeptiere deine Diagnose über mein Leben aber ich brauche dich und deine Vergebung und ich bitte dich rette mich dafür ist er damals gekommen und dafür ist er heute immer noch da und auf dieser Basis ist jetzt Vergebung möglich auf dieser sicheren Basis kann Gott dir und mir vergeben weil Jesus die Schuld für uns bezahlt hat und deswegen halten Sie das bitte fest kann jetzt jede Schuld vergeben werden keiner muss sagen es ist so schlimm gewesen dafür gibt es keine Vergebung mehr nein das stimmt nicht keiner muss für immer an seinem alten Leben kleben bleiben ich erinnere wie ein älterer Mann in meinem Pfarramt kam kurz vor Weihnachten und dort wie ein Häuflein Elend in meinem Sprechzimmer saß und sagt ich habe so viel zerstört ich habe so viel kaputt gemacht das kann nie mehr gut werden und ich habe ihm gesagt nein das stimmt nicht es kann wieder gut werden deswegen ist Jesus ja gekommen deswegen gibt es Weihnachten und dieses Hoffnungslicht kann keiner mehr auslöschen denn vor Gott ist keiner sicher kein Mensch wie mächtig er auch sein mag kann Gott dauerhaft aus seinem Leben heraushalten kein Mensch auch ein Machtmensch wie Herodes konnte das nicht wir haben keine Macht über unser eigenes Leben wir konnten es uns nicht selber geben und wir können es auch nicht selber erhalten jetzt beim Viertelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und den Niederlanden das starb in der Verlängerung der US-amerikanische Sportjournalist Grant Wall wenige Minuten vorher also kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte er noch über den Ausgleich der Holländer zum 2 zu 2 getwittert ein unglaublicher Treffer nach einer Standardsituation kurz danach sahen Kollegen wie er auf der Medientribüne des Lusail Stadions zusammenbrach und nicht mehr wiederbelebt werden konnte wir haben keine Macht über unser Leben und deshalb ist es für jeden für jeden Menschen dringend mit Gott ins Reine zu kommen und das geht nur durch den einen Retter den er uns selber geschickt hat Jesus Christus und und darum zum Schluss das mutmachende Beispiel eines Politikers der das auf der Zielgerade seines Lebens noch erfahren durfte einige von ihnen haben bestimmt davon gehört Hans-Jochen Vogel früherer SPD-Vorsitzender nach Brand Justizminister kurz vor seinem 90. Geburtstag 2015 wollte er noch mal ein Interview geben und sagen was ihm wirklich auf dem Herzen liegt und dazu bat er den Journalisten Peter Hane mit Kamerateam in sein Altenheim zu kommen weil Vogel wusste Peter Hane würde seine Botschaft verstehen die er geben wollte und Hane staunte nicht schlecht als der Politprofi ihm gegenüber betonte das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht wir werden vor Hans Jochen Vogel und Hane wusste ja Jochen Vogel war nicht immer Christ im neutestamentlichen Sinne gewesen aber zwei Menschen hatten sein Denken ins Wanken gebracht das eine war sein Leibwächter der selbst überzeugter Christ war und das andere war der Verleger Friedrich Henssler den ich auch noch kennenlernen durfte Henssler hielt im kleineren Kreis Andachten für Politiker über eine lange Zeit hinweg und Vogel das machte er Hane gegenüber deutlich war fasziniert er sagte dieser Mann glaubt an alles was in der Bibel steht und er erzählt die Geschichten mit Humor aber mit einem heiligen Ernst so etwas habe ich noch nie gehört und das war Vogel auch in dieser letzten Bilanz 2015 noch mal wichtig Peter Hane berichtet über die aktuelle politische Lage und das Umfrageelend seiner Partei war ja und nicht des Menschen und dann zum Schluss das persönliche Bekenntnis er habe eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen leider erst so spät er würde jetzt vieles anders machen und bei jeder Entscheidung fragen was würde Jesus jetzt tun oder sagen natürlich so Hane lag die Frage bei einem fast 90 jährigen auf der Hand haben sie Angst vor dem Tod ein energisches nein mit der knappen Begründung seit er Jesus kenne habe er davor da ist die Macht Frage wirklich gelöst lasst uns beten Herr Jesus Christus wir danken dir dafür dass du wirklich gekommen bist um uns zu retten und dass der Weg zu dir bis heute frei ist dass jeder der dich ehrlich anruft wissen darf du wirst ihn hören Herr wir brauchen dich heute genauso wie die Leute damals bitte erbarme dich über uns und lass noch viele Menschen in ihrem Elend in ihrem Dunkeln in ihrer Verzweiflung und auch in ihrem Stolz erkennen dass du da bist und dass wir vor dir Rechenschaft ablegen müssen Herr aber danke dass du alles getan hast dass wir davor keine Angst zu haben brauchen weil du einem jeden seine Sünde vergeben willst dafür loben wir dich in alle Ewigkeit du lieber guter Herr Amen Amen